Ich kann doch nicht jahrelang erzählen, wie toll diese ganzen Traditionsvereine ist. Ah, hier der Betzenberg, die beste zweite Liga der Welt und guck dir das an und die zweite Liga ist eigentlich die geilste. Und dann guckst du in die erste Liga rein, wie das TV-Geld verteilt wird oder wie Konferenzen und Spieltage angesetzt werden und dann findest du dich in Bundesliga-Konferenzen mit, das war letzte Woche, als das Bayern-Spiel ausgefallen ist. Also guck ich mir lieber eine Zweitliga-Konferenz an, weil die Vereine einfach interessant sind. Und wenn am Ende, wenn, konjunktiv, dieses Investorengeld dafür steht, dass ich den Namen, dass ich die Seele meiner eigenen Liga verkaufe, dafür um durch den aktuellen TV-Geld-Verteilungsschlüssel Vereine wie RB Leipzig, die zufälligerweise ganz häufig Samstag 15.30 spielen, die TSG 1899 Hoffenheim, Wolfsburg, ist nichts gegen die Vereine. Aber die haben nun mal in den letzten Jahren enorm von diesem System profitiert. Und ich sehe halt einfach nicht, dass die weitere Vermarktung dafür sorgt, dass wir kleinere Vereine wieder hochholen oder Vereine, die wirklich relevant sind und die sich nicht erkauft haben.